Ja, seit einiger Zeit navigieren wir durch diesen herrlichen Pfad Und dieser Pfad ist wirklich mit drei Bereichen des christlichen Glaubens verbunden Das ist die Christologie, die Soteriologie und die Eschatologie Also da sind drei Stricke, die miteinander verwoben sind Und wenn wir tatsächlich schauen, und zwar auf dem, was Gott im Leben der Menschheit tut Dann stellen wir fest, dass die drei alle eins sind Denn Gott hat tatsächlich seine Wahrheit von Anfang an begründet Er bestimmt, aber auch er gründet und bevor er sogar loslädt mit dem Vorgang Und wir schauen die Bibel hindurch, in der Allgemeinheit dessen, was der Herr getan hat Es gibt zwei Segmente Denn Gott spricht zu der Menschheit durch die Propheten Und nun zu einer bestimmten Zeit Gott erfüllt Und zwar all dem, was verheißen wurde Durch die Propheten Denn Gottes Verheißung Ist ganz einfach und ganz klar Ist das man will partake of eternal life Und das heißt, dass der Mensch teilnimmt am ewigen Leben Doch dieses ewige Leben Ist in his Son Gibt es in seinem Son Und so, until man becomes the Son of God That life is evaded Also bis der Mensch Gott erzohnd wird Ist eviges Leben von Mensch Und so, in The work of redemption The Son of God The only begotten Son Came and took our place Associated with our wretchedness With our fallenness So that he may include us In his glorious position before the Father Which is sonship So we've come into that place Where today We are the sons of God And therefore qualified Bonified Sons of God Qualified To be custodian of eternal life Und das ist der Grund Warum der eingeborene Sohn Der ist zu unserer Armseligkeit Unser Unzulänglichkeit Der ist wirklich zu uns herniedergekommen Er hat uns aufgenommen Damit in seinem Werk Wir nun nämlich Wirklich rechtmäßig Waschecht Söhne Gottes sind And also You see The Son is not just the Son The Son is the one Who is in charge of the kingdom of God He is the king of the kingdom So the Son cannot come without the kingdom of God So the Son Did not only incorporate us You know In his In his position In his being But the Son also brought us Into a sphere Called the kingdom of God Denn der Sohn Denn der Sohn ist derjenige Der König ist In dem Reich Gottes Das heißt der Sohn Verwaltet das Reich Der Sohn ist eigentlich Derjenige der Verantwortlich ist für das Reich Das heißt Nun wo der Sohn uns Nicht nur hineingeführt hat In das Reich In das Leben In dem ewigen Leben hinein Nein er hat uns auch In das Reich Gottes hineingeführt Er hat uns zum Miterben Sprich zum Mitverantwortlichen Im Reich Gottes Glory be to God And therefore The kingdom of God has come Und deshalb Ist das Reich Gottes angekommen So when there is sonship There is necessity To also be The presence of the kingdom So the two walk Hand in hand The son cannot come And the kingdom of God Comes later No If the son has come It simply means also That the kingdom of God Is here Denn in der Sohnschaft Da ist auch Das Reich Gottes Das heißt Mit dem Sohn Gibt es auch gleichzeitig Das Reich Denn der Sohn kann nicht angekommen sein Und das Reich irgendwann mal später Nein 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 Wenn der Sohn angekommen ist Dann heißt es Das Reich Gottes Mit angekommen You see with this statement We are refuting With every strength You know Backing the word of God That the eschatological view Of kingdom postponement Which simply states that Jesus Christ came In his walk of salvation To the children of Israel And they did not accept His salvation His kingdom that he brought So the giving of the kingdom To the children of Israel Was postponed To a later time This is refuted By the fact that The Son cannot come Without the kingdom of God Also being established So if the Son is in us Therefore we are also In the kingdom of God Glory be to God Und dementsprechend ist es wichtig Für uns wirklich zu widersprechen Aber auch zu widerlegen Dass diese eschatologische Idee Ja diese Idee Nämlich das Reich Gottes wurde gebracht Aber die Kinder Israels Haben das Reich Gottes abgelehnt Sprich die haben den Sohn Gottes abgelehnt Deshalb wurde das Reich Gottes Erstmal verschoben Vertagt Auf einen späteren Zeitpunkt Genau das widerlegen wir Das sprechen wir entgegen Denn warum Wenn der Sohn schon da ist Das Reich ist schon mit da Das bedeutet Der Sohn und das Reich Sind gleichzeitig vorhanden Da stellt man sich die Frage Wo ist nun das Reich Gottes Wo ist nun der Sohn Gottes Nun braucht man eine besondere Eine andere Wahrnehmung Einen anderen Blickwinkel Einen anderen Gesichtspunkt Denn wenn man nun Den Sohn Gottes wahrnehmen möchte Dann muss man den Gesichtspunkt ändern Denn das was du regelmäßig siehst Wenn eine Veränderung der Verhaltensweise gibt Du siehst dasselbe nur anders Also die Sache hat sich nicht geändert Doch es gibt eine dauerhafte Veränderung In deiner Gesinnung Es gibt wirklich eine Umsetzung In deinem Gesichtspunkt It's just like you Maybe you have somebody That you are in loggerhead You know you guys are in conflict And you see the person as an enemy This is because something happened Between both of you But when you encounter The revelation of Christ Through the spirit of God There is a shift in your attitude There is a shift in your way Of looking at that person You see and from there You realize that the person Is not your enemy The person is your friend But this person has always been your friend He has always been your brother But the point is that The change of attitude Within the premise of judgment Has changed And so you see the same person From a different perspective Nehmen wir mal das Beispiel Und zwar von dir Mit jemandem Mit dem du wirklich nicht gut Kirschen essen tust Was geschieht denn da? Erstmal nimmt man diese Person wahr Als Feind Weil man nicht mit dieser Person klarkommt Doch irgendwann mal Gab es eine Sinnesendung Eine Sinneswandlung Irgendwann mal gibt es Nämlich in dir drin Diese Umwandlung Dass du plötzlich siehst Oh, diese Person ist doch nicht mein Feind Diese Person bin ich doch Freundschaftlich und eins mit der Person Doch die Tat Die Wahrheit über dich ist das Aufgrund dessen Dass du deine Wahrnehmung Dein Urteilsvermögen geändert hast Aufgrund dass du deinen Gesichtspunkt geändert hast Fängst du an Das was wirklich wahr ist Über dich und diese Person Nämlich Einheit wahrzunehmen Diese Person und du Ihr seid von jeher eins Doch aufgrund Das was geschehen ist Was deine Gesinnung geändert hat Fängst du an Diese Person wahrzunehmen Nämlich als Feind Doch mit der Sinnesumwandlung Kommst du wieder zum Ursprung Nämlich Ach, ich bin eins Und so that is the reason Why we are placing our emphasis In the revelation of the Son In you As you Because when the Son Is revealed In you You then see As the Son sees And so the perspective You see The viewpoint Of the Son Is different from a man You are not a human You know You've been taken away From human wood Into the place Of looking at issues And things around you From the perspective Of the Son Und dementsprechend Heben wir hervor Nämlich Die Offenbarung Des Sohnes In dir Warum Heben wir das hervor Wir heben das hervor Damit du Von in dir Drin Anfängst Nämlich Wahrzunehmen Wer du wirklich bist Nämlich Der Sohn Und warum Es ist der Sohn Es ist Diese Wahrnehmung Des Sohnes Was dich auch Wirklich In diesen Sohnschaft Wirklich Also Zum Vorteil Bringt And this is the reason Why we're talking About Parousia Und das ist der Grund Warum wir über Parousia Sprechen The presence Of The Lord Nämlich Die Gegenwart Des Herrn The appearance Of Christ Die Erscheinung Christi Is the basis Of Eschatology Das ist die Grundlage Der Eschatologie In the last days In den letzten Tagen Christ will appear Erscheint Christus And appear From you From within you Und zwar aus deinem Inneren Aus dir hervor And so we need to see him The second time Und deshalb ist es wichtig Dass wir ihn zum zweiten Mal Erblicken So the first time he was seen Das erste Mal Wo er gesehen wurde Is sensual Das ist sinnlich You know we could touch him We could see him We could feel him But not us Because we were not In his generation We are referring to You know Peter Bartholomia James And all the disciples And the Pharisees They could see him They could touch him So they could only relate To the Christ God in the flesh From the sensual perspective Das erste Mal Als er da war Also die Menschen Die zu jener Zeit Gelebt haben Wir haben ja nicht Zu jener Zeit gelebt Die Menschen Die zu jener Zeit Gelebt haben Also Petrus Johannes Und so weiter Die haben ihn Anfassen können Die konnten ihn spüren Die konnten mit ihm Zusammen essen Zusammen laufen Und so weiter Also die Begegnung War eine sinnliche Begegnung Doch es gibt das zweite Mal Wo wir den Christus erblicken Und das geschieht Durch Offenbarung Denn Gott erleuchtet Unsere Seele Und dieses Licht Was erleuchtet wird Ist der Sohn Gottes Das ist der Christus Und genau dieses Licht Is you and me Bist du und bin ich Denn es gibt nicht zwei Lichter Es gibt nur ein Lichter Also wenn Christus offenbar ist Deine Offenbarung erleuchtet Unsere Seele Ignorance That was having It's lodged That was lodged In our soul Is dissipated You know And then the light Which is us Then begins to express itself Through us And God's You know God's attributes And characters And ways Is being then portrayed In the outside Und dementsprechend Wenn es nicht aufgeht Was geschieht Was geschieht denn mit uns Wir sind erstmal in der Lage Den Sohn wahrzunehmen Und gleichzeitig Sind wir in der Lage Uns selber Als Sohn zu sehen So we're going to continue Our interpretation Of Matthew 24 And last week We stopped At the verse number 28 And today we're going to continue From the verse number 29 Und wir setzen Unser Deutung von Matthäus 24 fort Letzte Woche Haben wir bei Vers 28 Aufgehört Wir setzen fort Mit Vers 29 The verse number 29 The Bible says Immediately after the tribulation Of those days Shall the sun be darkened And the moon shall Not give her light And the stars Shall fall from heaven And the powers of these heavens Shall be shaken Hier heißt es Aber gleich nach der Bedrängnis Jener Tage wird die Sonne Verfinstert werden Und der Mond Seinen Schein nicht geben Und die Sterne Werden vom Himmel fallen Und die Kräfte Der Himmel Werden erschüttert werden And so we prove that The tribulation Or what we may term The great tribulation Is actually a time Is a period In everyone's life That we are called To go through In order for us To release In order for God To release That which is genuine That which is ideal Of us Und imensprechen Das was man Große Bedrängnis nennt Ist genau Die Phase Die Zeitphase Wo jeder Mensch In sich durchgeht Ja Damit Damit Gott wirklich Das Ideale Das Echte Freisetzen kann Amen Because as long as We are not In synchrony With the word of God With Christ We are In Tribulation Solange wir nicht Synchron Solange wir nicht Im Einklang Mit dem Wort Gottes Und mit Christus Da sind wir Wo In Bedrängnis You see That's why Jesus said That these things I have spoken unto you That in me You might have peace In the world You shall have Tribulation Tribulation Is in the world Is a burden Is a pressure That is placed Upon each And every Person It doesn't need A particular Time In which There will be A great Tribulation No As long as You are in the world You are under pressure You may be feeling good You may be having money You may be having You know Nice time According to the standard Of what the world says Is good But In God's perspective You are under pressure You are under annoyance You are under labor And that Is not The will of God And so You cannot really Have the peace of God That you Were destined for You know In such condition Johannes 16 Vers 33 Hier sprach Jesus Dies habe ich zu euch Geredet Damit Ihr In mir Frieden habt In der Welt Habt ihr Bedrängnis Ja Und dementsprechend Ist es wichtig Zu sehen Das Bedrängnis Ist zeitunabhängig Das geht jeder Mensch durch Du mag ja Zum Beispiel Finanziell gut Dastehen Du mag ja Politisch gut Dastehen Du mag ja Gesundheitlich Auch momentan Oberwasserfahren Doch der Punkt Ist Zu Also jeder Mensch geht Durch Bedrängnis Jeder Mensch geht Durch Eine Zeit Beziehungsweise Eine Sozusagen Eine Zeitspanne Wo wirklich Geärgert wird Und wo wirklich Ich sag mal so Zorn aus einem Entsteht Oder Ich sag mal so Unzufriedenheit Unsättigung Man fühlt sich Wie konnte es Also wie konnte Das denn sein Ist Because Es Works According To Chronos Warum Weil Die Tage Der Bedrängnis Wirken Oder funktionieren Entsprechend Der Chronos Zeit By the Introduction Gerade jetzt sind Menschen unser Bedrängnis. Doch es gibt andere Menschen, die wirklich in Ewigkeit sind. Warum? Frieden ist Ewigkeit. Wählen werden wir in die Freiheit, die wir in diein. Physically. You see, this is a notion that has gripped in into the church. And many people believe, oh, when I die, I get into eternity. Of course, yes, because time ceases at that moment for you. And you enter into another consciousness, which is eternal, unlimited, infinite. But you can still be in time and refuse to live according to time. Because eternity is not when time stops. Denn es gibt ja diesen Gedanken, dass erst wenn man körperlich ablebt, dann fängt die Ewigkeit an. Doch dieser Gedanke ist falsch und auch wirklich wegzuschmeißen. Warum? Die Ewigkeit ist nicht von der Zeit wirklich begrenzt oder definiert. Die Ewigkeit gibt es sogar innerhalb der Zeit. Die Ewigkeit ist das, was ist und sich nicht ändert. Und deshalb, man muss nicht warten, bis man abgelehnt hat, bevor man in die Ewigkeit kommt, bevor man in dem höheren Bewusstsein kommt. Man ist zwar da und doch nicht da, doch es ist möglich, sogar hier und jetzt. Denn wenn du den Frieden Gottes hast, wenn du Frieden spürst und du gehst auf diesen Frieden ein, du bist in die Ewigkeit. Amen. So here we see symbolically, you know, Jesus is using, is using, you know, symbols that represent spiritual realities. And throughout the scriptures, especially in the Old Testament, you know, this way of communicating truth to people has been used by prophets in the past. You know, talking about the sun, the moon and the cloud. So Jesus also is not different. He's using the same terminology that you find in Isaiah, you find in Ezekiel. And so we need to understand this terminology. So he's not talking about physical sun or physical moon or stars. Und dementsprechend ist es wichtig hierbei zu begreifen, dass und zwar im Alten Testament und zwar bis zu Jesu Zeiten wurden gerne Symbole verwendet in der Sprache, damit wirklich kommuniziert wird, was der Vater meinte. Ja, also Symbole in der Sprache oder Symbolik in der Sprache zu verwenden ist ganz, ganz gewöhnlich. Das findet man in Isaiah, das findet man in Ezekiel, das findet man auch und zwar zu den Patriarchen, zu den beiden Erzvätern. Josef hat auch Symbole verwendet, Jakob genauso. Doch es ist wichtig für uns zu sehen, Jesus hat genau diese selbe Symbolik verwendet und damit er das Geistliche, das Ewigere kommuniziert. Hier ist nicht wirklich die körperliche Sonne, den körperlichen Mond und die körperliche Sterne gemeint. Und so hier sehen wir die Sonne und drei Symbole von dem Raumkörper. Hier hast du die Sonne, den Mond und dann gibt es auch noch die Sterne. Wenn wir über die Sonne sprechen, sprechen wir über die Intelligenz. Nämlich das, was erleuchtet. Wir sprechen von einer großen Quelle. Und gemäß unserer Welt verstehen wir, dass das, was Licht spendet, was auch Energie und zwar zugibt, ist die Sonne. Und so, wenn wir talk about, wenn wir talk about the Moon, we're actually making reference to personal intelligence. So, it becomes subjective. This is objective. This is that which man holds onto as intelligent. You know, that actually feeds, you know, his day-to-day world. The system that makes up the whole cosmos. And how things are arranged and in education and finances and everything. It has its source in what we can refer to as the Sun. And so here, when we talk about the Moon, we're talking about that which is subjected to the Sun. You see, so it's a personal intelligence. Und dementsprechend, wenn wir vom Mond sprechen, wir sprechen von dem, was der Sonne unterworfen ist. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Wir sprechen von der persönlichen Intelligenz. Wir sprechen von dem, was unter der Sonne ist. Denn die Sonne ist ja allgemeingültig. Doch der Mond spricht für das Persönliche. Und so, when we, you know, making reference to the stars, we're actually talking of that which leads. That which shows you great height. You see, the star is an indication. It's a revelation of that which is great. You see, that is why you see also in Scripture that when someone needs to get something which is higher, you know, it is always the star that shows the way. You know, of course, you may remember the story of our Lord Jesus Christ, when he was born. The wise men were, you know, guided into where Christ was born, by the star from the east. Und dementsprechend, die Sterne stehen und zwar als Indikator da. Also sprich, sie deuten auf etwas Höheres, etwas Größeres. Sie sind dafür da, damit etwas offenbart wird. Das finden wir auch zum Beispiel zu Zeiten, und zwar Jesu Christi auf Erden. Also die Könige, die ihn besucht haben, sie wurden und zwar von einem Stern aus dem Osten dorthin gelutzt. Und deshalb steht die Sterne dafür, dafür Offenbarung. Amen. So, yeah, Jesus is telling us that, you know, in our personal life, there will be time in which the sun, that which is the source of man's intelligence, of human intelligence, will be darkened. It will have no power anymore. The power of the flesh to show man ways and how man's supposed to live, that will be darkened. the moon, personally also man's glory, will be darkened. And that which also points man to that place, where he thinks that he is, you know, going on to light, or he is, you know, walking to get to that which is good for him. You see, that also will have no effect. Und dementsprechend zeigt uns Jesus hier, Vers 29, dass nämlich die Quelle der menschlichen Intelligenz wird verfinstert werden. Ja, die Quelle der Intelligenz für die Menschheit wird verfinstert, wird versagen. Und dann geht es weiter, nämlich die persönliche Herrlichkeit. Das, worüber der Mensch sich rühmt und sagt, aha, das habe ich erreicht, das ist mein Können und das ist meine Fertigkeit. All das, sagt die Bibel als Mond, sie wird nicht mehr scheinen, sie wird nicht mehr leuchten, sie wird nicht mehr scheinen geben. Und die Sterne, was als Indikator, als Offenbarung dient, das was den Menschen den Weg weist, genau das wird auch, so wie es hier steht, vom Himmel fallen, das wird in ihre Auswirkung auch versagen. Amen. Glory be to God. You see, because all this language is a language of judgment. You know, remember, please, remember we quoted in our subsequent, you know, expose that the throne of God, God revealing himself as the king in our heart is always established on two things. Number one, judgment and righteousness. Und dementsprechend ist hier zu sehen, dass Gericht ausgefahren wird auf diese Dinge. Bitte denkt dran, in den vorigen Lektionen haben wir gesagt, dass Gottes Thron in unserem Herzen wird auf zwei Dinge gerichtet. Wird einmal auf Gericht und einmal auf Recht gegründet. Und so, wenn Christ is revealed in you, He comes to judge that which has always been there as the replacement of himself, you know, that which has been the imposter in your heart, that idol that has taken the place of God in you, which has been the son giving you light, which has been your personal, which you have, you know, personalized as that which, you know, drives the ways you live, you know, and that which also reveals you into the height that you want to go, you want to get into, you know, it's like, okay, the star, I want to be this, I want to be this. All these will be judged internally, you know, you will come to realize, oh, these are not really the light that's supposed to be, you know. Dementsprechend, wenn Gott offenbart wird in seinem Thron in dir, gleichzeitig fallen all das, was bisher seinen Platz eingenommen hätte, die ganzen Betrügereien, alles was vom Fleisch bisher wirklich, ich sag mal so, entstanden sind und auch, ich sag mal so, als Ersatz gedient haben, sie werden alle gerichtet. Alles was, worüber der Mensch sich rühmt, sein Intelligent sein können, aber auch die Wegweiser, die sich auch die menschliche Intelligenz und die persönliche Intelligenz unterstützt hat, sie werden alle gerichtet. Joel 2, the verse, from the verse number 30 and 31. Joel 2, in der deutschen Bibel geht es bis 27, also wir schauen uns Joel 3, 1 und 2 an. So Joel 2, the verse number 30 and 31. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. In der deutschen Bibel ist es Joel 3, ab Vers 3. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäune. Now you see, this is actually, is a spiritual language that was used by the prophet indicating the coming of the Lord, the day of the Lord. That is the revelation of the Son of God is depicted as a judgment against a nation, against a people, against a city. But it's not actually indicating a physical nation. It's not talking about a physical people. It's not talking about a physical city. Because most of the time, I mean, if you're conversant with scripture, you understand that city is a reference to the soul. The soul of man is indicated in scripture as a city. So now, here, whenever you see this type of language, you need to understand that God is coming to judge that which has taken place, the ideas, the opinion. You see, the concept that man has agreed and in which man's life has been molded and shaped, in which drives man's motive, which becomes man's motive of action. That is what is being judged. And so, this language is being used. And unfortunately, we look at them and thinking that it's a physical destruction of the sun, you know, being darkened and all these things. No, he's talking about judgment against that which we have hold so dear to us. And dementsprechend wird hier geistliche Sprache verwendet und zwar Symbolik, damit man auch nämlich die geistlichen Dinge auch begreift. Hier geht es darum, dass man sieht, okay, hier wird über ein Volk gesprochen, hier wird über eine Nation gesprochen, hier wird über ein bestimmtes Land gesprochen. Und es geht ja darum, man redet nicht von was Körperliches, also sprich, körperliche Nation, körperliches Volk, körperliches Land, nee, wir wissen ja ganz genau, dass eine Stadt steht für die Gesinnung, es steht für die Denkweise, Konzepte, es steht für die Ideologie innerhalb eines Menschen, das heißt, wenn dir Sohn Gottes, denn hier geht es um den Tag des Herrn, sprich, um die Erscheinung des Sohnes von deinem Innern, wenn dies geschieht, all die Ideologien, all die Ideen, all die Konzepte, alles was der Mensch bis dahin zusammengehalten hat und gesagt, Mensch, das bin ich, all das fallen unter Gottes Gericht, denn warum sie standen da als Betrüger, haben Gottes Platz eingenommen, aber zu dieser Zeitpunkt, beziehungsweise durch dieses Geschehen, durch die Erscheinung des Sohnes in dir, müssen fallen all diese Dinge weg. We need to get to understand God's judgment. God's judgment is not destructive. Most of the time, it seems to be destructive and harmful to human beings. It's only when we hold on to our opinion, we hold on to our ways, and when God's judgment falls upon it based on the consequences of our holding on to that which is not God. You see, because if you hold on to an idea, you hold on to an opinion, that opinion is what will bring you into destruction. And most of the time, we look at the destruction as punitive of God. We look at it as God having placed his hand of judgment and sentence against man. But that is not the case. The point is that you that are holding on to that, you fall under the punishment of that idea, that erroneous idea that you hold on to. And this is how we so misconceptualize the principle of God's judgment. And of course God's judgment is not the people because it is that God just the whole world and the whole human and that is really grausam, that is really scary, but that is really not the truth. Because the point is, God's judgment is the ideology, the Denkweise, the concepts, God's judgment is the idea, the the concept, really in a way to think and to think and to think and to think and God's Gericht appears, on these ideas and concepts, what happens? do you think like God's judgment would that is not the case. God's Gericht is the idea, the concept and the idea of idea of of the of of the nur die Idee, das Konzept und die Denkweise durchgehen soll, weil er sich das festgehalten hat. Es war es zu ihnen, und das war die Fulfillen, die sie sehen, die sie sehen, und so look at was he quoted hier, he quoted Joel von der Verse 16, Acts 2, Verse 16. Now, look at what he says, he says, But this is that which was spoken by the Prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, and on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Then look at the verse number 19, he says, And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and notable day of the Lord comes. This is what he said, and that was what was happening, but we didn't see at that moment the sun, that was darkened, we didn't see the moon, blood become blood, no, he was speaking spiritually, that what they were witnessing was actually that which was prophesied to them by the Prophet Joel. Und deswegen tausende von Jahre später, hat Petrus nämlich durch die Erfahrung von dem Ausguss des Geistes, er hat gesprochen und zwar zu tausende von Menschen. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 2, Apfel 16. Schaut euch mal an, was Petrus hier besprochen hat. Nämlich, da heißt es, Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sein. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Eure Ältesten werden in Träumen und Visionen haben. Vers 18. Und sogar auf meine Knechtel und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weiß sagen. Vers 19. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und quagender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden. Vers 20. Im Finsternis. Und der Mond im Blut. Ehe der große, herrliche Tag des Herrn kommt. Und deshalb ist es wichtig für uns hier zu sehen, dass das alles haben die zu jener Zeit erlebt. Doch man hat nie gesehen, dass die Sonne, körperlich die Sonne, wirklich zu Blut wurde. Ja. Oder der Mond sich so verfinstert hat. Und, 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 und. Und all das, was hier geschrieben wird. Das sind wirklich symbolische Sprachen. Diese Menschen haben das in sich erlebt. Und deshalb konnte Petrus davon, also wurde er von dem Geist Gottes geleitet, um das zu berichten. Ja. Dass der Tag des Herrn, die Erscheinung des Herrn in ihnen geschieht. Und was geschieht dabei? Dabei ist der Geist Gottes am Wirken. Und, 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 und all diese Sachen. Doch körperlich gesprochen war es am helllichten Tag. Ja. Also man darf nicht vergessen. Sogar manche haben gesagt, naja, die werden betrunken am helllichten Tag. Wäre der Tag verfinstert gewesen, wäre die Aussage da nicht stehen. Und von daher, es ist nicht körperlich gemeint, dass die Sonne sich verfinstert, beziehungsweise der Mond ihren Blut umwanderte, und, und, und. Doch es ist wichtig für uns zu verstehen, dass der Herr berichtet uns, dass wenn er offenbart ist, alles andere, was nicht er ist, sie müssen weichen. You see, when Joseph had his dream, this famous dream of Joseph, that made him, he was actually jealous by his brothers. What was the content of the dream? He, he, he used cosm, um, uh, cosmological language. And, you know, he talks of the Son as, um, Jacob. The Son was Jacob. You see, because Jacob was the source of their intelligence. It was the source of their culture, of their religion, of everything that they, you know, they, they were. You see, so that was the Son. That was actually their source. And then he talks of the moon, referring to the mother, you know, he says, okay, the moon stands for your mother. And then the stars stands for the children of Israel or the children of, uh, of Jacob. You see, so we could see from this analogy used in the old Testament, that what Jesus was referring to was referring to their son being the religion through which the whole children of Israel were under, that which covers them and make them unique among others. You know, the law, the priest would, you know, talking about the temple and all these things. You see, the mother is, you know, those that were the one, you know, in charge of implementing these things and all this. So it was actually a symbolic, it was a representative language that Jesus borrowed from the old Testament. the Jew understood what he was saying. We today, we could not understand. That's why we want to bring this into that, which is physical. You see, but the Jew understood it so well, what he was saying. And that was why he was so hated by the religious establishment, because using this language, they could understand very well. They knew what he was saying. And so we today, we actually trying to look at the cosmos and look at the signs in the air and say, okay, this is the coming of the Lord. No, 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 no. We will never come to observation. It will come through a subjective understanding that that which has already, that which has, you know, become the, 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 that which controls your life is coming down and he's taking over. And so he uses this language, you know, to talk about the destruction of that which you hold so dear to you. of course, according to the dreams of Joseph. It is important to see, that here was Ehebruder Joseph through Jacob. And one of these things was, would we all, I, your mother and your brother, to take over you? Because why? Because the sun stood for Jacob, sprich, their intelligence, God, that was, was ihnen ausmacht. Der Mond stand für die Mutter, sprich, stand auch für die Mutter, die für sie sorgt, also die auch dafür da ist. Und auch die Sterne stehen auch für die Geschwister, also sprich für seine Brüder. Und es ist wichtig auch zu sehen, dass Jesus hat das verwendet, damit wir auch sehen, nämlich was bis dahin die Menschen verstanden haben, die, und zwar aus dem jüdischen Volk, besonders auch diejenigen, die die geherrscht haben. Also die Sonne zu jener Zeit stand wirklich für das, was sie bisher kannten unter dem Judentum, stand für das, was sie bisher hin, nämlich unter die Opfer, also die Schlachtopfer, den Tempel und die ganzen Ordnungen und, 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 das Gesetz und so weiter und so fort. Und der Mond stand auch für diejenigen, die die Gesetzeshüter, die Gesetzeslehrer, die Menschen, die die Verantwortung trugen, nämlich das weiterzugeben an die anderen Menschen. Und die Sterne stehen natürlich halt für das Judentum halt. Nämlich das alles, was man bisher hin kannte und sagte, Mensch, das gehörte uns, wir sind die, sozusagen wir sind die Kinder Gottes, alle anderen sind ja keine Kinder Gottes, sie stehen Gott nicht so nah. Sie haben das Gesetz nicht. All das kommt runter. All das wird vernichtet. Warum? Damit der Mensch seine Quelle sieht. Damit der Mensch wirklich Christus mitbekommt. Und deshalb ist es wichtig, auch für uns zu sehen, nämlich, dass diese symbolische Sprache, also diese Sprache und zwar, wo man den Mond und den Himmelskörper verwendet, es ist nicht körperlich gemeint, es ist auch nicht buchstäblich gemeint. Es ist wichtig, hierhinter zu verstehen, das System oder, ich sag mal, die Intelligenz und all das, was uns bisher beherrscht hat, wenn Christus erscheint durch Offenbarung in uns, sprich, wenn das Licht Christi in uns aufgeht, alles andere kommen nieder. Sie sind gerichtet. So, he says, lastly, you know, the last part of that verse, and the powers of the heavens shall be shaken. Und der letzte Teil von dem Vers, also von dem Vers 29, da heißt es, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Glory be to God. You see, there has been, there will be a shaking in. Es wird eine Erschütterung geben. You see, and when he refers to heavens, he's talking about those who have attained heaven consciousness. You see, those who live on earth, but they are heavenly. You see, this is the language that has been used, and this is predominantly used in the book of Revelation, where God calls the sins. He calls the believers. He calls those who are one with him heavens. Why? Because you can be on earth, but you're having a heavenly consciousness, heavenly awareness. You don't need to go there physically, you know. You only need to have a consciousness, an awareness of heaven. And that is what Jesus is referring to here, that there will be a staring among God's people. Amen. The power of God within you will be stared. Amen. Und dementsprechend die Kräfte der Himmel spricht hier für die Kraft Gottes und zwar in den Glaubenden. Denn der Himmel hier, plural, steht für jeden Glaubenden, der aber auch nämlich das Bewusstsein des Himmels in sich trägt. Denn man kann hier auf Erden sein, aber Himmels bewusst leben. Das ist möglich. Und deshalb geht es hier nicht um den körperlichen Himmel, sondern es geht um das Bewusstsein. Es geht um die Glaubenden, die wirklich hier auf Erden leben und dennoch Himmels bewusst sind. Das finden wir sehr oft in Offenbarung, nämlich das ist die Bezeichnung von Glaubenden. Sie werden Himmel genannt. Warum? Weil sie Himmels bewusst leben.